Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema Worte der Verheißung. Sie wollen ein besserer Mensch werden? Dann verändern Sie Ihre Worte. Worte können Türen sowohl verschließen als auch öffnen. Sie können lebensspendend sein, aber auch zerstören. Erkennen Sie die Macht von Worten, um Worte wertvoll und bereichernd einsetzen zu können. Aber welche Worte sollen Sie aussprechen? Erleben Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, der Gottesdienste ermutigt, verbindet und berührt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017